Ich bin Michael Petersen und ich möchte mit meinen Filmen begeistern. Haben Sie eine Geschäftsidee, ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Ereignis, das Sie zum Ausdruck bringen möchten? Für mich geht das am besten mit einem Film. Ihr Projekt wird von mir mit einem Filmclip im Internet oder auf DVD auf lebendige Weise veranschaulicht. Der Film kann zeigen, dass Sie und Ihr Unternehmen Führerinnen sind auf Ihrem Gebiet, weil Sie es gerne und mit echtem Interesse tun. Sie sind genau richtig für den Job und der Zuschauer sieht, warum. Wenn ein Film eine Stimmung einfängt und ein Gefühl vermittelt, kann er Menschen auch für Themen interessieren, die Ihnen vorher fremd waren. Als Texter finde ich klare Worte und kann gegebene Informationen zu einem treffenden Kommentar verdichten. Wenn Sie für Ihre Sache einen Film benötigen, nehmen Sie bitte gerne Kontakt zu mir auf. Ich bin neugierig auf Ihr Projekt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020